Na dann Raketenliga! Wollen wir mit Ugly Cars spielen oder wollen wir mit Chicken Cars spielen? Ich nehme das Auto, was ich habe. Na dann komm mal rein, ja! Ja Mensch, beruhige dich! Ja was, beruhige dich! Ich will Rocket League spielen. Strenge dich bitte an. Kann nicht sein, dass ich dich schon wieder carryn muss. Wie immer. So. Ich weiß echt nicht, welchen ich jetzt fahren will. Oh, wie alle hässlich. Ich nehme den. Bist du bereit? Mhm. Na dann. Hier immer noch nur Silber 3. Also wenn ich mindestens heute Gold sehe, dann bin ich enttäuscht. Total enttäuscht. Totale Enttäuschung. Ja. Na dann. Wollen wir mal Rocket League spielen? Also nicht so toxic sein jetzt. Hallo? Warte mal. Ewig nicht gespielt ey. Fühlt sich grad ein bisschen komisch an. Hui. Ich habe bloß, dass die nicht geil so krass spielen hier. Ich muss echt wieder ein bisschen ins Spiel kommen. Vorlage. Boom. Durchkombiniert ey. Schöne Vorlage ey. Hahaha. So. So kanns anfangen. Damit bin ich zufrieden. So die 3-0 Regel geht auch immer noch ja. Also falls wir hier 3-0 machen wird geflamed. Pfff. Ah scheiße. Ah scheiße. Oh, bei mir liegt's. Schon wieder. Es liegt halt an den Rocket League Cut-Office-Servern. Oder ist es wirklich deine Internet-Verbindung, wenn schon Factorio bei dir gelaggt hat? Nee. Alles andere läuft ja flüssig. Factorio nur kurz. Oh, das war jetzt knapp. Boah, fuck. Der hat nicht viel gefehlt gerade, der war fast drin gewesen. Das ist komplett ungewohnt, ey. Ich weiß gar nicht, wie lange wir schon nicht gespielt haben. Ist auch schon fast eine Woche her, oder? Mhm. Ja, klar. Wir haben letzte Woche die ganze Zeit Factorio gespielt. Oh, fuck. Ich geh runnen. Jo. Ich weiß so. Jo, der geht. Hutz. Oh, guck dir's Freestyling an. Oh. Hast du gesehen? Ist nicht legit, oder? Nee. Oh, jetzt liegt es bei mir aber auch. Oh, je, je, je. Nicht gut. Gar nicht gut. Nein. Oh, scheiße. Jo. Wup, wup. Sorry, aber 3-0-Regel, da muss man ein bisschen... ein bisschen flame, oder? Ah, ich bin ein Arschloch. Ah, ich bin ein Arschloch. Der geht. Oh, der ist rausgegangen. Geil. Ja. GG. Sombrero. Ja, jetzt bin ich gold. Ja. So, jetzt hab ich mein Ziel erreicht für heute. Ja. Tschüss, Leute. War schön mit euch. Ja. Find ich okay. Okay, das war schon ganz schöne Klatsche, die wir da gemacht haben. Also, dafür, dass wir nur eine Woche nicht gespielt haben, war das gar nicht mal so schlecht. Aber ich seh schon, Karma, wir kriegen gleich übelst auf die Fresse. Ich seh das jetzt schon. Also, am besten ist, man macht jetzt an dieser Stelle aus und lässt es einfach dabei. War schon cool. Okay. 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 Nice. Oh, danke. Hab ich sie beide ausgespielt oder nur den einen? Weiß ich nicht. Oh, den könntest du eigentlich gut nehmen jetzt. Nee. Nicht? War ich zu weit vorne. Scheiße. Geil. Ich bin im Tor. Bin im Mitte. Ah, scheiße. Da war ich zu weit vorne. Fuck, ey. Ich komm mal jetzt zum Tor. Willst du ran? Nee, what the fuck. Wahrscheinlich war das jetzt eine dumme Idee gerade. Und in der gibt es meine Schuld. Ah, schön. Alter, mal gesagt, dass es bei sowas dann vielleicht doch durchrotieren. Und dann sagt das einfach euch so ran oder so. Scheiße. Oh, fuck. Ich dachte, ich hab ihn noch. Oh, shit. Ich dachte, ich krieg den da an der Wand. Ja, ja. Ich hab auch gedacht, ich krieg den noch. Mmh. Ärgerlich. Nicht was schlimm. Nicht so schlimm. Kriegst du den? Schön. Schosse. Geh ran, geh ran. Ich finde ich das nicht. Ja, ich musste bloß gucken, dass ich dann auf dem guten Winkel da bitte. Ich stelle jetzt einfach draufrotze wie ein armer Irrer. Na klar. Ey. Ja, das war ein Easy Ball. Wirklich. Oh, pass auf, pass auf. Ich wurde ins Tor gerammt. Spiel, spiel in der Mitte. Oh, das gibt's nicht. Oh. Da kommt er nochmal. Ja. Oh. Ich geh ins Tor. Nein. Oh, fuck. Wir ran, schnell, schnell. Ich hab keinen Boost. Oh, ey. Fuck. Es kann doch nicht wahr sein. What the fuck? Oh, shit. Du bist alleine hinten. Schön. Ach, Mensch, ey. Du dolle. Schön geklärt hat er den. Hm. Ich bin im Tor. Ran, ran, ran. Oh, den hab ich gerade so erwischt. Den hab ich gerade so erwischt. Dacht, er wird mich da wieder, äh, ausdrüben. Hat er wahrscheinlich auch versucht. Oh. Der geht. Nee. Oh, 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 oh. Fuck, sind wir lacker, ey. Oh, was ein Game. Oh, klaro. Ich geh hin. Ja. Oh, was war das, ey? Scheiß. Das ist Rocket League, Freunde. Will ich in der Mitte spielen, bitte? Ja, du bist gut. Die stehen hier beide. Kannst du einfach in der Mitte spielen. Ich kann nicht gerne. Ja, ja. Musst aber schnell machen. Fuck, man. Easy, easy, easy. Okay, nicht so easy. Okay, nicht so easy. Oh, verdammt. Oh, der war gerade richtig gut für uns, ey. Ja, der vor mir reingegangen, hätte ich ihn nicht gekriegt. Ja, das definitiv. Ah, man muss auch mal verlieren können. Ah, ich kann nicht verlieren. Hatte verlieren. Ganz ruhig. Wir dürfen jetzt echt nicht zu tryharden. Oh, was würden sie denn da machen, ey? Ich weiß es nicht. War aber luck für uns, dass das nicht... Ein Double Bluff. Ja. Och, nee, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Ich kann. Scheiße. Was war das denn? Hä? Oh, scheiße. Oh, Gott. Wenn der jetzt geht, dann habe ich da... Oh, oh, oh. Mann, geh... Geh ran! Oh, nee. Wie soll ich da ran? Ja, wie soll ich da ran? Du hättest recht ranfahren können. Oh, diese beschissene Wand. Oh, man. Schappen, schappen. Ja, ja. Spannend. Spannend. Hohohoho. Hohoho. Oh, ich hätt's jetzt im Rückwärtsgang fast geschafft. Scheiße. Wow. Wow. Ja. Scheiße. Was ein Match, ey. Oh. Ja, guck. Da können sie mal einen GG für kriegen. Fuck. Das war heftig, ey. Ja, wir kriegen auch direkt 0-2. Ja, der hat er. Ja, ja, hat er. Der andere war echt nicht so gut. Der... Oh. Der hat... Was hat denn der da alles gemacht, bitte? Dass der da auf 1100 Punkte kommt. Das war ein gutes Game, also... Wir hatten... Wir hatten Chancen. Aber... Du hast sie nicht genutzt. Nee, die haben wir beide nicht genutzt. Shit, ey. Die A-Planke. Pinhead, Larry. Haha. Du, Nen, schmissst mit Kopf. Was für eine Parade. Wow. Nein! What? Schön. Oh. Das hätte böse ausgehen können. Spiel vor. Ah, okay. Das hab ich ein bisschen überschätzt. Ich bin nicht im Tor. Die klären selbst. No. Gut. Das ist mir auch recht so. Ich hab... Nicht... Nice. Boom! Oh, das war aber knapp. Das hätte noch schief gehen können gerade. Ich glaube, er hätte durchgeboostet, aber... Vielleicht hat er keinen Boost mehr gehabt. Wahrscheinlich ja. Drottel. Ich will noch nicht überheblich werden. Das ist nur 1-0. Das hab ich bei den anderen Typen davor auch gedacht. Und dann haben sie uns nochmal abgezogen. Ich will das nicht überheblich werden. Gut. Siehst du, sag ich doch. Und wenn dann einfach mal von Spitzkopf Larry das Tor kommt? Was willst du machen? WTF, man? Der wär doch eh gegangen. Nee. Doch. Gucke, ich glaube, der wär gegangen, wenn ich den nicht gekriegt hätte. Ja, klar, aber... Ja. Scheiße, ey. Der wär eh gegangen. Ich hab das Spiel nicht mal. WTF? What the hell? Oh! Oh! Oh nein! Nee. Das ist direkt der Wurm drin, ey. Ich hab auch keinen Boost gerade. Ey, 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 ich bitte dich! Was ist denn das für ein Scheiß? Ey! Nee! Ich will noch nicht auf. Wir haben noch zwei... Komm, das versuchen wir jetzt hier. Das gibt's doch nicht. Was war denn das auch für ein Ball gerade? Ich hab den sogar noch gekriegt. Boah, what the f... Boah! Ernsthaft, ey. Der nicht. Knapp wie sauer, aber der nicht. Der geht. Ja. Ist ein Witz, ey. Aber das sieht eher aus, wenn er das mit Absicht gemacht hätte. Ich weiß nicht. Irgendwie... Wollt ihr ihn nicht kriegen, oder? Ah, okay. Kein Boost. Komm, das machen wir jetzt noch. Zwei Minuten, zwei Tore. Los jetzt hier. Ich hab mich doch nicht von Spitzkopf Larry besiegen. Du, ne, ich bin... Kabum, Junge, Mann! Jawohl. Komm nicht gleich so. Ja, wir müssen sie erstmal in Sicherheit wiegen. Du weißt doch, wie's ist. Sie ist immer dieselbe Kacke. Jetzt einen schönen Stopper und dann kommt gleich gleich ganz. Genau. String mich an jetzt. Da, hast du. Nein! Ja, stand beide gerade blöd. Hätte ich einfach draufgeballert, hätte ich ihn getroffen. Aber es wäre geil gekommen jetzt sogar mit Ansage. Einmal hat's ja geklappt mit Ansagen. Ja, aber da hab ich's nicht aufgenommen. Also, das kann ja jetzt jeder sagen, dass das geklappt hat. Kannst du irgendein Spiel nachkommentieren einfach. Ja, das waren wir. Witzes Pro-Game, weißt du? Alles mit Ansage gemacht. Ähm. Äh, wieso krieg ich den so scheiße? Hallo? Warum nimmst du den überhaupt an? Da, da, da! Beide hinter dir! Ich hab's verkackt. Oh nein. Ist das dein Ernst, ey? Ich hatte keinen Boost mehr. Ja! Ihr Dullis! Ich hatte keinen Boost mehr. Sehr schön. Ich geh ran. Naja. Stoppe und dann mach ich ihn rein. Der ist genauso gut. Was? Ey, ich kann doch nicht daneben springen. Och, nee, oder? Danke. Ey, guck dir das an. Jetzt geht das Gekrebel hier wieder los. Guck dir das an hier. Ja. Oh, nee, ey. Oh. Sehr schön. Stopper. Da, 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 da. Nein. Nicht. Setz nach, setz nach. Gut. Ein bisschen mehr Geschwindigkeit, dann... Kriegen wir das hin. Oh, der kommt gut. Der geht. Der ist drin. Jo. Sag doch, wir machen die fertig. Steh dich nicht. Du wolltest es aufgeben. Ja. GG. Ey, ich kann doch nicht GG schreiben. Ja, doch, hier. Easy. Oh. Ja, ist drin. Konzentrieren. Ey, wir haben schon Spiele... in weniger Sekunden IP-Came. Bitte anstrengen. Ich mach mal Death jetzt hier. Ja, das war's. Ja, das war's jetzt. Easy game. Das war... Das war... Das war wirklich heftig. Das war wirklich heftig. Oh, guck mal. Ich hab auch 1180... Das hast du eigentlich die ganze Zeit gemacht. Von an. Okay, drei Stück. Ich hab die Drecksarbeit die ganze Zeit gemacht. Ja, stimmt. Ich hasse so eine Bälle. Gut. Gut. Aber die kriegen's auch nicht hin. Kannst du da drücken? Ja. Aber schieß vorbei. Scheiße. Nein! So war's nicht gut. Nee, überhaupt nicht. Ja, super. Ich fahr hier auch an der Wand rum, ey. Aus so einer Situation... Sind wir da schon wieder zu zweit rum, ey. Ja, so eine Situation hasse ich. Da hab ich ihn zwar noch mal... Guck mal da! Wie so ein scheiß Käfer an der Wand, ey. Ja, das war kacke. Das war nix, war das. Gut, wir hängen schon... Scheiße, wir hängen schon wieder zu dicht beieinander gerade. Das ist doof. Vorlage hier. Ach, kleck mich doch an. Schieb dich doch mal mit ein bisschen an, sorry. Na, oh, fuck, ey. Oh, Mann! Hat er mich gerade gerammt, der Drecksack, ey. Ah, ich weiß nicht. Wie kann ich denn da vorbeifahren? Gute Frage, ey. Easy, wir haben noch zweieinhalb. Na klar, schießt mich noch höher gegen die Wand. Ich hasse diese gekreppelten Tore. Ich hasse sie einfach. Das war auch mehr Lack als alles andere, weil ich ihn angeschossen hab. Stress pur, dieses Spiel, ey. Schön gemütlich Factorio gespielt. Spielst du das hier? E�, trick. Was? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, verdammt. Ah, Mann, oh. Scheiße. Das war wahrscheinlich nicht so gut, tut mir leid. Ich hatte gedacht, das kommt besser. Na, sag, wenn du rangehst, dann werde ich einfach weggefahren jetzt. Oh, fuck, das war Glück. Oh, war das Glück gerade. Ich hab mir noch gekriegt. Gott sei Dank, ey. Jetzt, komm, komm, komm. Geh da rein. Nein. Oh, das gibt's nicht. Oh, verdammt. Was bin ich für ein Idiot. Gut, den haben sie selber auch geklärt. Oh, das ganze, der ganze Scheiß wäre jetzt durch gewesen. Oh, nee. Ich könnte mir so einen Arsch beißen. Oh, scheiße. Oh. Yo. Oh, nee. Ich erwischt den Pall aber auch gerade nicht mal ansatzweise gut. Oh, das ist doch ein Witz hier gerade, ey. Naja. Wir hatten's vor allem. Wo wir hätten's haben können. Komm, wenn du ranfliegen kannst, irgendwie. Wo warst du denn da eben? Ich hab dich da machen lassen. Ich hab ja gesagt, flieg da ran. Konnt ich nicht. Kacke, ey. Mann. Schön. Jetzt komm nach vorne. Alles nach vorne. Das gibt's nicht. Ah. Schön. Schön. Wieder mal verdammt knapp, aber... Ich hab nicht mal in Parade gekriegt, ne? Sicherlich. Ich krieg ihn nicht. Ich komm auch nicht. Ich komm auch wahrscheinlich nicht ansatzweise schnell genug zurück. Ich bin vorbeigefahren. Ja. Ich hab's auch versaut. Ich will erst mal kurz essen jetzt. Jo. Ich hab's auch versaut. Scheiße. Ah ja, gut. Bis gleich. Jo. Bis gleich. Bis gleich. So.